Hallo Leute! Möchten Sie die 10 schönsten Insekten kennenlernen? 10 Platz, Mondmotte 9 Platz, Orchideen-Gottes-Anbitterin 8 Platz, Zikaden 7 Platz, Tigerschmetterling 6 Platz, Orchideen-Biene 5 Platz, Marienkäfer 4 Platz, Goldener Vogelflügel 3 Platz, Folgoruit 2 Platz, Eulenfalter Und wer steht an erster Stelle? 1 Platz, Raupe-Hüerloforazis-Rupia Freunde, hat euch unser Video gefallen? Liken und abonnieren!